Willkommen zurück zu Alandra! Hey Leute, wir haben im letzten Part die Kohle-Mine betreten, weil dort ein aggressives Affenvolklein, die Murk, Randale gemacht haben und die ganze Mine eingestürzt ist. Ja, ein Arbeiter namens Olen hat die ganze Sache überlebt, jedenfalls zeitweise. Er erlag später seinen Verletzungen, davor haben wir in seinen Träumen noch die ganze Sache noch mal mitverfolgen können. Hinter diesem Durchgang waren die Murk gekommen. Kaum sind wir hier jetzt wieder rein, hat die Erde wieder gebebt und der Durchgang hat sich wieder verschlossen. Wir sind jetzt halt hier reingegangen, um noch zu schauen, ob noch andere die Sache hier überlebt haben. Gut, es ist verschlossen! Oh mein Gott! Ja, die Apparatur dahinter wurde in Olens Traum in Gang gesetzt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch noch später für uns wichtig wird. Ich habe die Kombination noch im Kopf, ich hoffe, ich kann sie mir noch behalten. Aber erstmal heißt es wieder, Sesam, öffne dich! Okay, na dann. Was ja alles für Zeug rumliegt. Hä? Okay. Ach schön! Gegner, die sich als Steine tarnen können. Mhm. Warum denn nicht? Es ist völlig verrostet und bewegt sich nicht mehr. Wofür ist das eigentlich gut? Weichenkarte. Links Arbeitsgelände, rechts Schacht 1. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das vielleicht mit einer Bombe aufkriege. Aber will ich das? Hm, okay. Nicht mal die Bombe reicht aus. Damit spreche ich die Felsen weg. Aber ja, einen kleinen Schalter kriege ich damit nicht klein. Das Ding ist gerade ein bisschen scheiße zu treffen. Kann das sein? Okay. Er setzt Flammenwurf ein. Ah, böse Viecher, böse Viecher. Ich grüße sie mal. Äh, halt. Moment, ich wollte eigentlich... Ah, nee. Näher komme ich an den Felsen, der kann ich ran. Kann ich also nicht sprengen. So, aber... So. Gut. Dann machen wir das eben so. Irgendwie gerade keine Lust mit euch zu fighten. Aber runter will ich auch noch nicht, weil... hier bleibt ganz schön nervige... Viecher. Aber jetzt habe ich noch die Ecke. Weil... da nichts weiter ist. Ah, jetzt treibt er mich hier unten nur in die Enge. Okay. Ach, wenn wir die schleimig sind doch lieber. Die können nix. Oh, okay. Die sind dazugelernt. Schießen konnten sie bisher noch nicht. Man merkt ja also, Gegner bekommen hier mit der Zeit auch ein Update. Ah. Ein riesiges Mistvieh. Okay, okay. Jetzt halt mal aufpassen. Dass ich hier nix verpasse. Bäh. Gott, wie in der Kürze kann man so langsam laufen. Achso, das war ne Katzin. Okay. Weh, 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 weh. Was ist das? Tut das weh? Unbeharrter? Blutest du etwa? Oh, ist das ein Mistvieh hier. Ah, zerschmettert die Unbeharrten. Tötet die! Tötet sie alle! Nein, nicht du! Aufhören! Oh! Alandra! Hilf mir! Ja, wenn ich mal mich bewegen darf, würde ich sehr gern, aber... Hä? Noch ein Unbeharrter? Ach, komm zu deinen Freunden. Dann können wir euch gemeinsam zerquetschen. Nehahaha! Kommt nur her, ich würde zeigen, wer hier wen zerquetscht. Boah, wenn man sich im Wasser nicht so scheiße bewegen würde. Ich spring hier, dann bin ich schneller. Alandra, du bist ein starker Krieger mit einem guten Herzen. Hör zu, ich halte nicht mehr lange durch. Hier, nimm das, sonst ist der Schlüffel zum Motorenraum. Jaylen und Zane sind immer noch dort. Bitte hilf ihnen! Ach nein, das ist schon wieder ein Opfer gefordert. Esige Mistviecher. Aber warum tun sie das? Es hieß ja... ... beim letzten Mal, dass sie eigentlich nicht so aggressiv sind. Nur wenn sie ihre Ruhe gestört sind. Aber das hier, das war jetzt richtig schon... ...Raserei, was die hatten. So richtig, tötet ihn! Tötet ihn! Kräuter, Geld, alles gern gesehen. Kräuter, Geld, alles gern gesehen. Äh, Moment. Wollte ich jetzt nicht. Acht Kräuter haben wir jetzt. Ich bin mal gespannt, ob unser Inventar, ähm... ...später auch noch ein Limit hat oder so. Das heißt, später. Generell. Besser gesagt. Oder ob wir unbegrenzt an Kräuter sammeln können. Ach, wieder ihr Viecher. Lass mich da durch. Geht Bock wohl noch zu fighten. Tadadam. Ist ja nicht so, als ob es hier Gegner Erfahrungspunkte bringen würden, um... ...ja, sich aufzuleveln. Ne, das machen alles diese schönen Lebensdiamanten. Von daher... ...hab ich auch kein Problem damit ein paar Gegner zu überspringen. Okay, wär schön. Hier ist die Maschine... ...die wir auch in... ...Olins Traum bedient haben. Hier wird die Kombination... ...Links... ...Links... ...Rechts... ...Links. Plötzlich springt der Motor an. Das bringt uns... ...was? Wie siehst du nicht, hier werden Überlebte? Ähm... Ja... ...und jetzt? Hat sich jetzt irgendwas getan? Vielleicht komm ich jetzt durch das... Ah, ne. Moment mal. Ich hab da gerade ne Idee. Weichenkarte. Links, Arbeitsgelände... Rechtschacht 1. Ähm... Ich will mal kurz was ausprobieren. Kann ich da rein? Ah! Okay. Fakte. Irgendwas musste die Maschine herbringen. Cool. Achterbahn fahren. Nur... ...ungebremst... Okay. Na, ist aber auch die Frage, ob wir dann irgendwie die Weiche umstellen können, weil... Was sind wir jetzt hier überhaupt? Weichenkreuzung! Nein, was du nicht sagst! Schleimies, hier sind wir Schleimies! Noch mehr Durchgänge Lass mich mal kurz raus bitte Ich will mir erstmal den anderen Weg hier ansehen Gibt es hier nicht irgendwo eine... Öhh, offensichtlich eine Sackgasse oder sowas Wow 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 Ich glaube ich soll hier einfach noch nicht her, kann das sein? Ja, kommen wir richtig auf jeden Fall... Null an Na... Kannst du knicken! Nö, nö, nö... Spielt man schon alleine hier Hehe, vielleicht hätte ich doch erstmal den anderen Weg untersuchen sollen Das sind die normalen Schleimies, die nur schlagen wollen, alles klar Dann sehen wir uns mal den Durchgang an Ach komm schon... Ach nee, das ist keine Katzchen, die das wirklich mal... Ja, schau wie du da durchkommst Aua... Uh... Moment... Schleiß das Ding weg Hier riss ich doch mal lieber die Kräuter wieder aus Ah... Ah... Das ist aber mies... Wo soll ich denn hin? Ich würde besser gesagt, wo kann ich mal hin? Und da... Ist ein bisschen scheiße zu sehen hier, aber... Äh... Lass mich doch jetzt irgendwo mal durch... Gut, dann nach ganz rechts scheine ich gar nichts hinzukommen Das heißt, ich werde mich jetzt hier mal... ...mit dem Run... ...Button bedienen... ...und... Grief ich immer Stalin... ... schneinate... Aber ich komme hier durch... Okay, okay... Das hilft bestimmt mal weiter Boah... ...gar nicht übertrieben Äh... Jede Welt... Ich muss den... ...ja ich fiel schon... Timing ist alles... ...oder was? Ja....... ...ich stand... ...ä... Und erstmal... Jał... JETZT! Okay, ich kann langsam verstehen, weshalb das Spiel so krass sein soll. Aber trotzdem, es gefällt mir. Die Minenkarren für den Eingang zum Schacht 1 sind im Betrieb. Jetzt habe ich den ganzen Weg wieder... Achso, jetzt hätte ich über die Kräle gekönnt. Egal. Ich muss nur hier irgendwie durchkommen. Komm, Landon bewegt sich. Beinahe hinten. Ich komme doch nach ganz rechts. Hier. Will ich das auch? Ist gut, dass irgendwas... Ja, renn! Super. Ja! Voll gebracht! Komm, spring! Oh man! Ähm, ja. Ja. Gut. Auf dem Weg. Dann lasst mich raten, ich muss jetzt mit dem Ding zurückfahren. Oder? Kann ich hier schon abbiegen? Nee. Okay. Viel Zucht. Das Ding für... Ach, oder wäre da noch ein anderes Ding gewesen, mit dem ich jetzt dann hätte fahren können. Das ist natürlich auch die Möglichkeit. Auf jeden Fall ist irgendwas in Betrieb. Das ist doch schon mal gut. Aha, hier muss ich wieder irgendwas durchbrechen. Weiche links Eingang. Rechts Eingang Schacht 1. Ah ja. Augen zu und durch! Aha, überfahren! Fahrerflug! Haha, das ist geil! Das war cool! Äh, jetzt nicht durch. Soll ich jetzt da runter, oder? Hier oben ist ja nichts weiter. Ähm... Ja. Ja, ich muss wohl da runter. Irgendwie hoffen, dass ich dann noch wieder den Weg zurück finde. Ach nee, das sind diese blöden Schildkröten. Auf die hab ich mal gar keine Lust. Äh. Hier wird ein Schleimis killen. Genau, wer kriegt dich? Sehr schön. Gibt mir das Geld. Äh. So, dahinter geht's nicht weiter. Okay. Äh. Äh. Dann kann ich vielleicht genau hier über die Körbe wieder hochkommen. Irgendwas... Ach nee, ich hab nichts umgestellt. Ich hab nur den Durchgang geöffnet. Die Unbeharrten sind zurück! Wir müssen sie töten! Ja, töten! 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 Er versucht's doch. Die ewigen Mistviecher. Kommt da her! Die ewige Mistviecher! Zum Glück sind sie mit zwei Schlägen tot, weil... Naja... Das kann schon fies sein und auch... Nee... Jailen rührt sich nicht mehr. Sein Körper wird schon steif. Er hält einen Schlüssel in seiner linken Hand. Und... Warum... Kann ich zur Abwechslung nicht mal jemand lebend finden? Ich weiß nicht, was ich hier noch... ... groß tun sollte. Darum fahr ich jetzt zurück. Hm... Wo gab's denn noch ein... ...verschlossenes Tor? Ja... Erstmal fahr ich zurück zum Eingang. Hepp! Im Moment bin ich ein bisschen überfragt, wo ich noch hin kann. Ich würde gerne hier irgendwie nach links... Komm, Moment mal! Moment! Ah... Ah... Seit wann ist denn das offen? Okay... Ja... Frage hat sich beantwortet, wo ich hin soll... ...will... ...muss... Auf zur nächsten Fahrt! Und durch da! Also normal müsste der Karren ja entgleisen, wenn er gegen so ein Felsen fährt, oder? Aber naja... Ich will mir nicht so sein. Föderkarren zum Untergesch... Untergeschoss... Das sind halt mehrere Etagen... Ach, nö... Gibt es hier sonst noch irgendwas? Äh... Na, ich muss da rein. Ob ich will oder nicht... Und... Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... Das sieht nach vielen Wegen aus... Hm... Ein Labyrinth... Muss das sein... Und das hier ist... Die maximale Lebenskraft ist wieder erreicht... Ah... Sehr schön... Maximale Zauberkraft ist wieder erreicht... Habe ich zwar noch nix, aber egal... Und die A... Sehr schön... Ich darf hier im Dungeon speichern... Das mache ich doch gern... Um es gleich mal zu sagen... Ich habe mir vorgenommen... Dieses Spiel ohne Save States... ...durch zu spielen... Ja... Ich bin sehr gespannt... Ob ich... Äh... Ja... Daran festhalten kann... Oder ob mich das Spiel... Möglicherweise zu nötigen wird... Ja... Aber... Nö... Nö... Wenn es sich nicht ein... Ich habe vier Effekte... Ohne Save States durchgekriegt... So werde ich das jedoch auch packen... Felsen... Kann ich die sprengen... Wobei... Stimmt... Es war ja sogar Teil der Wette... Mit... Mit... Tantor... Dass ich... Keine... Safe States benutze... In... In den Parts zumindest... Zum Speichern... Ist was anderes aber... Nicht um mir irgendwelche Rätsel oder so zu erleichtern... So... Wie war das? Damit kommst du durch jeden Stein... Ja... Von wegen... Da komm ich wieder hoch, ja? Gut... Unter dieser Ebene... Wird der Tunnel... Westwärts weitergeführt... Wie groß ist das Gebiet, bitte? Also dieser Raum... Jetzt... Stimmt... Guck... Gut... Durch diese Felsen komme ich wirklich nur, wenn ich... Ich denke mal mit einem Min-Karren oder so dagegen ramm... Dafür wäre ich noch ein paar Weichen stellen müssen... Ah, dann kann ich den... Den kann ich so anschieben... Der Stein ist viel zu schwer zum Verschieben ohne Erschütterungen hervorzurufen. Dann lassen wir es halt bleiben. Ah, okay. Ah, das Ding hat auch ein Platz zu da, um... ...ich verstehen. Nur wie hilft mir das... Nein, ich wollte... ...hab ich jetzt nicht aufgepasst. Ich hab gedacht, ich kann da noch mal draufsteigen, aber es war gar nichts zu ver... ...verkehrt. Ah, wird zwei neue Wege geöffnet. Das stufe ich doch gleich mal als gut ein. Das ist ja echt nur so ein kleiner Wasserweg hier. Wozu? Ich spring jetzt einfach mal auf die Dinger, weil... ...ja, hm... ...Plattformen alleine machen... Ah, mir hat gerade schon keinen Sinn gemacht. Oder kann ich auch hier rüber? Ne, da komm ich nicht hin. Ja, ich käme gar nicht richtig durch. Mhm. Ich muss über die Pfosten springen. Dann... ...hep... ...hep... ...ich glaub das war sogar... ...die Szene war sogar im... äh... ...im Intro zu sehen, wie er hier rüber springt. Genau. Hep... ...hep... ...und jetzt ist da drüben ein Block... ...an den ich... ...wie rankomme. Da komm ich ja nicht hin. ...äh... ...könlichstens versuchen, dass ich da... ...hier mal mit Schmackes... ...ne, kannst du knicken. Okay, ich weiß nicht, was der Block mit... ...mir zu bringen soll, aber... ...ach, ah, sieh mal an, da oben ist noch ein Durchgang. Das heißt, ich muss es irgendwie schaffen... auf das holz drauf zu kommen kann ich es dann von da ah, moment moment, geht das? ja, 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 ja es geht sogar oh, 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 oh ich hoffe, die meinen, sie wollen jetzt nicht wirklich solche peniblen Sprünge sehen da durch da durch ähm weichen links, Westschacht, rechts umkehren verschlossen ja, da wird wohl wieder irgendwo eine Leiche rumliegen mit ganz zufällig einem Schlüssel in der Hand toll, und die beiden Felsen zu zerstören hat mir jetzt erstmal nichts gebracht na, das heißt, ich muss wirklich da oben rum kann ja mal probieren durchzuverschieben dann komm schon mal hier hoch aber das, ähm ähm ja, brückbar und feucht und gericht oh Gott, ich sprünge hier ach ja, sehr schön wirklich echt sauknappe Messen und, äh, ich hab schon gesehen hat ähm Mistvieh ähm lalalala gibt's hier noch irgendwas zu tun? nein so spült du alleine ich hau ab ok Schleim ist am Boden waaah ich muss doch angreifen können komm, stirb ich weg, bevor da der nächste auftaucht oh, nein, 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 nein so machen wir das äh ah hätt ich den einen noch ein bisschen tiefer kommen lassen sollen hätt ich's ja vielleicht beide auf einmal ausschalten können aber nöö dann halt nicht ok, äh es ist offensichtlich ich muss hier wieder über die Pflöcke springen nun, wie komm ich dann hier wieder raus? ähm na gut, erstmal springen und dann weitersehen öppah 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 ja gut, das war leih das war einfach das war einfach Zane liegt gegrümmt da ein kleines Blutrennsaal kam aus seinem Mund seine Finger sind äh seine Finger sind völlig verschrumpelt er muss sehr lange im Wasser gewesen sein ja haben sie ertränkt, denk ich mal äh gut er hat den Schlüssel nicht in der Hand aber das kommt auch selbe hinaus gut äh, kann ich von da oben äh, ja wie komm ich jetzt ach so, ok ich kann die Truhe benutzen na dann 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 ja hier raus äh gedacht, wunder wie tief ich hier springe und dann äh äh so, danke, verzieht euch mal kurz in euren Panzer sehr schön öppah 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 ach wie voll verzogen voll verzogen öh gut, ich hab nen Schlüssel ich weiß schon, was ich damit machen kann nämlich das ja aufsperren nämlich das ja aufsperren damit sind ich denke mal da unten ist die Weichen gestellt damit kommen wir dann wahrscheinlich auch in ein neues Gebiet bin davor Deloria hier im Kreis geführt gut Leute dann bin ich so frei und geht nochmal kurz speichern und mich auffrischen und dann ja, machen wir für heute Schluss beim nächsten Mal gibt's weiter in der Mine ja und ganz ehrlich so langsam schwitzt das bei mir die Hoffnung überhaupt noch jemanden lebend anzutreffen also Leute bis zum nächsten Mal und ciao